hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play deadpool mit mir und wolfram kabild ja wie angekündigt werden wir jetzt den fluss scheiße werden wir nicht überqueren da kommen wir nämlich her fällt mir gerade auf wir werden jetzt mal ganz geschickt einfach mal hier lang laufen oder doch hier kommen wir ja den fluss scheiße werden wir doch wieder überqueren ich habe die orientierung verloren ich hoffe da kann ich jetzt auf springen ja doch kann ich wahre worte so verdammt moment mal hier kommen wir doch jetzt her oder nicht ok jetzt fangen wir also quasi wieder ganz von vorne an so das hätten wir geschafft jetzt müssen wir überhaupt auch ne euer ernst kann ich gegen die vögel noch mal kämpfen immer wenn sich hier jemand teleportiert wenn ich das ja kommst du jetzt noch mal ja 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 weicheier ach hier klar natürlich meins da gab es noch kugeln genau hier hinten alles alles über die headshots und so ja 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 geschafft kommt ihr denn jetzt her so schrullflinte haben wir ja wieder halbwegs position bekommen die nutzen wir dann noch direkt wieder hier geht es weiter gute nacht wo wo muss ich jetzt hin ach so da komme ich jetzt natürlich nicht hoch doch letzten moment okay und genau auf die falsche seite gegangen congratulations remember your training fuck 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 nein würdest du jetzt bitte wieder mit den hp hochgehen gott sei dank so bitte das hätten wir dann doch wieder geschafft haben wir noch nicht so und jetzt müssen wir diesen großen ekelhaften typen platt machen den hier ja ich möchte nicht dass du hier mit mir reinkommen verdammt ja ist auch nicht so smart okay aua ouch nein verdammt verdammt oh shit teleportiere ich mich eh wieder zur falschen seite ja livehacks so 24 schuss haben wir noch hi aua aua er ist gut jetzt wir haben es kapiert so sonst noch jemand hier offensichtlich oh oh er ist doch sehr sehr kugelaffin ne wow was geht denn her ach der nächste warte sieht gut aus so mit dem halb fehlenden auge ah ne es war ein einschussloch ok ich hasse die typen äh uh dann nimm das ding auf geht doch ja hat er nicht unrecht das macht zumindest tierisch spaß auch wenn man merkt dass halt die grafik nicht unbedingt die beste ist äh spielmechanik selber ist ok manchmal hakt es manchmal haben wir bugs aber hey es macht tierisch lau ne ok munition voll deadpool punkte äh die braucht man nicht einsammeln von denen haben wir noch genug beziehungsweise die haben wir noch gar nicht die waffen sagen wir es mal so ist im moment bin ich jetzt hier falsch runter gesprungen ne doch richtig ich schon wieder hier der kacke fluss das spiel mob mich ich hab keinen bock mehr auf kacke fluss und kacke fluss ja hopp ok ok das ist wahrscheinlich darüber komm hoch Alter oh phew das müssen wir wahrscheinlich irgendwie darüber ne oh man fuck oh glück gehabt so ja so um mal sicher zu gehen ähm da kommen wir unter garantieren nicht hoch also müssen wir hier rüber und jetzt irgendwie da oben dran dann und was jetzt natürlich nicht geklappt hat es hat natürlich auch nicht geklappt da hinten dran zu kommen boah 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 dieses level macht mich fertig ne so hab wow 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 bleibt hier so jetzt müssen wir hier irgendwie da dran kommen Oh, einfach nur ein Doppelsprung. Ist okay. Moment, eine Kiste, das ist neu. So, das gab es hier vorhin noch nicht. Äh, was? What the fuck? Glückwunsch, du hast nichts erhalten. Die Kiste war leer, aber das macht keinen Spaß. Aus Mitleid haben wir deine Teleportfähigkeit verbessert, um dich zu weit entfernten Orten zu teleportieren. Warum? Wen interessiert's? Viel Spaß. Kommen wir hier hoch? Hier oben ist nichts. Ah, okay. Ah. Wieso kann ich da nicht rüber? Hey. Was soll denn der Scheiß? Ja, ist ja okay. Komme ich da jetzt rüber? Hm. Ja, da kann ich mich jetzt natürlich nicht rüber teleportieren. Wäre ja auch zu einfach. Diese Passage, ne? Was geil ist, da kann ich mich jetzt nicht hin teleportieren. Ich muss also... Alter. Ich muss also immer erst nahe genug dran sein. Und genau, das war auch hier der Fall. Ich muss nämlich, also ich muss quasi jetzt da... ... mit einem Doppelsprung rüber und dann V drücken. Was dann aber nicht funktioniert. Das ist perfekte Scheiße. Was soll der Kack? Das macht doch so keinen Spaß, wenn das nicht funktioniert. Mano. So. Jetzt sind wir wahrscheinlich eine ganze Folge dran, dieses bescheuerte Sprunglitzel jetzt zu lösen. Halleluja. Das hat auch nochmal so funktioniert, wie es wahrscheinlich vorgesehen war. Äh, Bewegung? Gut. So. Ah, okay. Kann ich vielleicht noch... Allein, dass ich hier nicht drauf kann, ne? So. Und jetzt? Ich drück doch. Hm. Ja, ja. Du kannst doch gar nicht sterben. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn man Deadpool in Säure auflöst? Na, ist schön. Ich fang jetzt also wieder ganz von vorne an. Fick dich, Spiel. Fick dich. Ja. Los. Aber ich werde besser. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Jetzt, wo ich es gesagt habe... Ja, gut. Die habe ich natürlich... Übersehen gehabt. Mehr Kulpa. Los. Danke. Allein, dass man da auch schon festpackt. Oh, how exciting. This is great. What the fuck. Ja, komm. Ich drück doch schon die ganze Zeit B. Okay. Ah, jetzt hat es funktioniert. Nee, da möchte ich nicht wieder drauf springen. Ich möchte bloß weg von diesem bescheuerten Kackefluss. Position haben wir. Was? Seid ihr eigentlich für komische Wolverine-Verschnitte? Gute Nacht. So. Das hätten wir erledigt. Da unten ist schon wieder Kackefluss, ne? Ich krieg's kotzen. Lass mich doch mal in Ruhe mit dem scheiß Ding. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Äh, was? Ja, ja, ja. Wie er meint. Okay. So, und jetzt? Ah. Wieso können die eigentlich dasselbe wie ich? Noch jemand? Was kriegen wir denn überhaupt für die Tacos? Ach, du schon wieder. Au. Immer schön auf den Kopf schießen. Halt die Fresse, wenn du mit mir sprichst. Heißt das? Boah, Martinian bitte jetzt der Unterschenkel gefehlt, wenn ich ihm den Kopf weggeschossen habe. Da ist doch noch einer. Da hinten sind die Nächsten. Hm. Wow, nein, verdammt. Wir sollten vielleicht ein bisschen Geld investieren in den Bereich hier. Halte für jeden achten Treffer in Folge Gesundheit. Alles klar. Verdoppel die Häufigkeit von Gesundheitsbelohnungen bei jedem vierten Treffer. Okay, kostet 75, haben wir noch nicht. Was haben wir hier noch? Haben wir nicht noch irgendwo was? Anzahl aller Wurfobjekte. Trage Munition für jede Waffe. Hm. Absorbiere Schaden von Treffer, die deine Kombo brechen. Klingt auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, als allererstes machen wir das hier. Damit wir hier mal ein bisschen mehr... Das wird nicht gut Das wird nicht so ganz gut gehen. founder I meant to do that. Ich dürfte einfach. Ach, jetzt ist natürlich die Strohfind-Munition, die er gerade war, die ist jetzt natürlich wieder weg, ist klar. Okay. Er kommt auch her. Komm, knudeln. Komm raus da. Boom. Sonst noch jemand? Wow. Und Kopf ab. Auch wenn der in der Wand steckte. Kann ich dir helfen? Komm so rum zu zappeln. Okay. Vielleicht mach es schneller. Das war Deadpool für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Während wir uns immer noch gemütlich weiter durch die Level ja schnetzeln. Bis dann. Euer Wolfram Kabit. Ciao, ciao. 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 Ciao.